Wir werden 147 Stunden und 59 Minuten unterwegs sein. Wir durchqueren sieben Zeitzonen. So, wem darf ich einschenken? Oh ja, mir dürfen Sie einschenken. Mir auch. Ja, komm, nimm. Nein, danke. Was? Versteh dich nicht, du nuschelst. Entschuldigung, ich spreche leider kein Russisch. Anfangs habe ich ja gedacht, es würde mir gefallen, wenn ich kein Wort um mich herum verstehe. Aber ehrlich gesagt, so langsam nervt mich das auch wirklich. Das, ist das auch Familie? Nein, das sind Raubmörder. Wir haben die Männer Angst. Warum nicht? Ich bringe sie seelisch ans Ende. Caro, bist du weggegangen? Ich weiß nicht, ich hatte einfach das Gefühl... Du hast doch überhaupt gar keine Gefühle. Mai 2017. Tag und Uhrzeit ist auch irgendwie egal, aber wir sind jetzt in Peking. Tag und Uhrzeit ist auch immer noch dasоль ab. Ich versuch zu in Peking, 네가 passt. Tag und Uhrzeit ist ein Podcast. Ich bin Peking. Tag und Uhrzeit ist auch immer wieder gebar. Vielen Dank.